Moin Moin, willkommen zurück bei einer neuen Folge Wolong. Wir sind eben im Nebenschlagfeld Tati Übungen. Und keine Ahnung, gegen wen wir kämpfen müssen, aber es ist ein Duell, zweifelsohne. Stufenaufstieg? Ne, diesmal nicht. Das heißt, wir buffen uns und gucken, wogegen wir antreten müssen. Sunyu. Ach, da oben steht er. Ach, das sind zwei. Aha. Okay, das ist ein Gauntlet. Das ist kein Zweinkampf. Hm. Einer wäre weg. Ouch. Dammit. Ah. Okay, das... Oh, da kommt noch mehr. Machen wir den jetzt mal weg. Okay. Ich muss hier weg. Ah, zwei Schildträger. Ah. Okay, was kommt als nächstes? Weitere Knilche. Ich habe vorher drauf. Und gut, ja. Der andere wird auch noch kommen. Oh. Das war direkt lieber. What? Ein Kombo. Oh. Heftig. Ding, wir müssen das Ganze nochmal machen. Oder? Ja. Seitfern, keine Aufwärmrunde. Ähm. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge man hier am besten nimmt. Scheint schon mal ganz gut zu sein. Fauscher auch ein Visiert. Ich weiß nicht, warum ich das nicht getroffen habe. Kommen die beiden dicken. Und dann ist der Boss an der Reihe. Da habe ich dich. Okay. Na, der blockt sehr stark. Oh, es ist in der Ecke. Held, aber auch was aus. Machen nicht so viel Schaden. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt hier wieder rauskommt. Ja, kommt jetzt. Es ist auf 17 Runden. Vielleicht kriegen wir ihn zurück in die Ecke gedrängt. Viel hat er nicht mehr. Bisschen Feuer. Okay. Kommt der andere. Ich weiß nicht, was der kann. Na komm, geh in die Ecke. Held auch was aus. Muss einfach aggressiv sein hier. Ich kriege das Feuer nicht drauf gerade. Nein! Ach, Mann! Macht er drei, vier Rote hintereinander. Es war so lächerlich. Dass man immer wieder gegen die Typen kämpft, ist ein bisschen. Ätzend. Direkt wieder buffen. Da kommen die nächsten drei. Okay. Nummer 1 wäre weg. Okay, da ist ein Drachentopf. Gut zu wissen. Du bist aber auch in den Nervensäge gerade. Nummer 1 wäre weg. Ich bin ihm voll rein. Du machst rein gar nichts. Das wäre einmal. Schöne an ihm dranbleiben. Und dann... Einfach Damage aufrechterhalten. Ihn nicht dazukommen lassen, überhaupt irgendwas zu machen. Viel hat er nicht mehr. Das einzige was wir tun müssen ist eigentlich beim anderen dasselbe zu machen. Da haben wir schon fast wieder voller HP. Ich bin jetzt nicht gerade am idealsten Punkt um zu kämpfen. Aber muss schon irgendwie gehen. Brauchen wir da kein Feuer. Nicht schon wieder. Diesmal lasse ich mich nicht von dir. Für Tode kloppen. Du Schwein. Und weg ist er. Bam. War eigentlich nicht so schwierig. Man musste einfach aggressiv bleiben bei den anderen und dann konnten die nichts. Das ist jetzt noch ein Drachenheilungstopf. Ich weiß nicht genau, wer diese sind oder was die wollen. Aber wir haben sie. Technical Prodigy. Technical Prodigy. Conquest 5 Main and Sub Battlefield. Okay. Jetzt haben wir hier nur noch das Hauptschlachtfeld. Wollen wir uns mal noch... Battle Royale des geduckten Drachen. Wir gucken uns das einfach mal an. Ich weiß nicht, ob das... Es ist auf 100. Wir sind so oder so. Es sind alle Missionen, die wir haben, auf 100. Von dem her... Who cares? Ich denke mal, das wird zu schwierig sein für den Moment. Brauchen wir wahrscheinlich bessere Skill. Aus den DLCs. Würde ich vermuten. Aber... Mal reingucken. Schade ja nicht. Man kann ja jederzeit wieder weggehen. Und Level Up könnten wir vielleicht auch noch machen. Sieht so aus, als ist das... Das letzte Endgebiet. Ähm... Jo. Sogar zwei. Nice. Auf geht's. Gucken wir, was es ist. Irgendein Dude. Gut. Das ist sehr gerne. Es funktioniert bei dem die gleiche Taktik wie bei den anderen zwei Idioten. Zuerst schon. Hält ein bisschen mehr aus. Okay, wir sind beinahe auf Null Moral. Interessant Aber Sieht zwar Sieht irgendwie nicht so aus Als könnte der was Okay Heilung brauchen wir glaube ich Momentan noch nicht so wirklich Ah jetzt packe ich mal eine rein Ich weiß nicht ob wir gegen den Gekämpft haben Irgendwie bekam vor War es das? Nein Ach jetzt ist es auf 3 Ist ein Gauntlet Boss Gauntlet Okay ja ich denke mal das müssen wir Dann andermal machen Die haben wir auch schon bekämpft Ow Mann Ich Hab das doch Nein ich hätte das richtig probiert Boah der hält richtig viel aus Alter . Ah Okay, ich glaube wir sind tot Okay Ja, das Werden wir uns wohl dann ganz am Ende Zu Gemüte führen Für den Moment Wird das ein bisschen zu hektisch Da will ich ein bisschen mehr Zeit Haben Gut, dann würde ich sagen Machen wir an dieser Stelle einen Break Und beim nächsten Mal geht es weiter Mit der Hauptmission im Namen Elias Bis dann, macht's gut Und was geht